Hey Metalheads! Herzlich Willkommen zu einem relativ leichten Workout für die Arme und den Schultergürtel. Das Besondere an diesem Workout ist, ihr könnt es auch komplett im Sitzen machen. Wenn ihr aus irgendwelchen Gründen nicht länger stehen könnt oder wenn ihr im Rollstuhl sitzt, dann ist das genau das richtige Workout für euch. Ich mache also alles auch im Sitzen vor. Ihr solltet jetzt euer Equipment bereit haben. Wir brauchen am besten zwei Paar Kurzhanteln, ein leichtes Paar mit so einem bis drei Kilogramm und ein Paar mit so drei bis sechs Kilogramm. Wenn ihr nur ein paar Hanteln habt und nicht die ganze Zeit umbauen wollt, dann nehmt ihr für die Übung mit leichtem Gewicht einfach zwei Wasserflaschen mit einem Liter oder anderthalb Liter. Wir blenden euch auch immer kurz ein, für welche Übung ihr ein leichtes und für welche ihr so ein mittleres Gewicht braucht. Außerdem brauchen wir ein Theraband, so in mittlerer bis leichter Stärke. Ein, zwei Übungen könnt ihr auch mit so einem Theraband Loop machen, finde ich immer ganz praktisch. Man kann so die Finger da rein haben. Ach und eine Sache noch, wenn ihr nicht zufällig auch eine Kati habt, die euch das Theraband festhält bei den Überzügen, dann müsst ihr irgendwas anderes finden. Ich finde immer am besten die Türklinke tatsächlich. Das geht auch ganz gut, gerade wenn man davor sitzt. Wir starten mit einem kleinen Warm-up. Falls ihr schon mitten in eurem Training seid und schon gut aufgewärmt seid, dann nutzt einfach die Kapitelfunktion oder springt zu genau dieser Stelle im Video, da startet das Workout. Falls euch dieses Video und der Kanal allgemein gefallen, dann solltet ihr natürlich liken, abonnieren und ihr könnt uns noch weiter unterstützen. Wir haben einen Online-Shop mit ein paar Merch-Produkten, da kommen auch immer mal wieder neue Sachen. Also checkt mal den Link in der Beschreibung. Wäre ein toller Support und jetzt geht los mit dem Workout. Das ist ein Rektion! Das ist ein Rektion! Das ist ein Rektion! Das ist ein Rektion! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Repart your sins You are Repart your sins Repart your sins Repart your sins Repart your sins Crucified for righteous Cursed by the leader of deceit Paralyzed and harassed Hards will eat Find the rest, nail and brain Torture of the landers Your jailers win, we're forbidden We have a right to madness Head of lies Our sanity dies But faith, inner peace Ghost of disease Penetration with guesswork Tools, experience and wisdom Every dance will burn And there is no return Fight for deliverance But hope we're not insane In search of reality And the- There is no- Head of lies Our sanity dies But faith, inner peace Ghost of disease Outro Outro Das war's für heute. 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 The day, Das war's für heute. 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 Stay, Das war's für heute. 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 Das war's für heute.